Skoda Subhob Autotest Autor Seltsam Kenzi Der Hersteller hat dem Autorherrn Seltsam Kenzi den neuen Skoda Subhob zur Verfügung gestellt und es waren noch Zeiten, 1997 kostete der billigste Skoda umgerechnet gerade einmal 8092 Euro. Und wer das teuerste Auto bestellt hat, war mit 18.983 Euro dabei. Elf Jahre später sieht das etwas anders aus, unter 9.990 Euro läuft nichts mehr. Und nach oben ist mit allen Extras erst bei 45.229 Euro Schluss. So viel Geld für einen Skoda? Das konnte sich bis vor kurzem noch niemand vorstellen. Seit Volkswagen 1991 bei der Ostblockmarke eingestiegen ist, haben die Tschechen einen komödenhaften Aufstieg hingelegt und ihre Produktion weltweit mehr als vervierfacht. W. Erend Lada, der Konkurrent von einst, noch immer an der Resterampe parkt, wird Skoda dieses Jahr allein in Deutschland knapp 120.000 Autos verkaufen und die Bilanz hinter Renault als zweitstärkster Importeur abschließen. Kein Auto zeigt den Aufstieg der Marke so deutlich wie der Superb, der im Sommer in die zweite Gene Ration gewechselt hat und nun auch mit V6-Motor und Allradantrieb angeboten wird. Schon in der einfachsten Ausstattung kostet das Topmodell 34.790 Euro, und in der Elegance-Variante mit allen Extras kommen eben 45.229 Euro zusammen, allerdings sind dann neben sieben Airbags und allerlei anderen elektrischen Helfern auch ein Fernseh-Empf. Enger, das große Navigationssystem, Lederpolster und ein Schiebedach an Bord. Damit erreicht der S-ÜPAP 3.6 V6 4x4 als teuerster Skoda aller Zeiten das Preisniveau der etablierten Konkurrenz vom Schlage eines BMW 5er, mit vergleichbarem Motor ab 48.500 Euro. Doch vom Prestige einmal abgesehen, hat der Skoda in jeder, Hinsicht mehr zu bieten, weil sein Motor quer eingebaut ist, gibt es im S-ÜPAP bei 2,76 Meter Radstand und 4,84 Meter Länge vor allem auf der Rückbank mehr Platz als in allen anderen Oberklasse-Limousinen. Weil man die Kofferraumklappe wahlweise ganz normal oder aber zusammen mit der Heckscheibe öffnen kann. L. Ist sich die Limousine besser beladen als mancher Kombi, und weil Skoda viel von VW übernommen hat, gibt es auch an Verarbeitung und Materialauswahl nichts zu kritisieren. In Fahrt bringt den S-ÜPAP in seiner vornehmsten Variante der 3,6 Liter große V6 Benzindirekte in Spritzer, den VW auch im Passat R36 einbaut. Bei Skoda leistet der Motor allerdings nicht 300, sondern nur 260 PS. Dennoch schnellt der Skoda dank feinfühligem Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb in 6,5 Sekunden auf Tempo 100 und wirkt auch noch entspannt, wenn ihm die Elektronik bei 250 Kilometern pro Stunde sanft ausbremst. Bei vielen Ausl. Indischen Herstellern gelten derart aus taffierte Flaggschiffe allenfalls als beliebte Dienstwagen für die eigene Geschäftsführung. Doch bei Skoda sei das anders, sagt Deutschlandchef Alfred Rieck, diese Variante kommt auf einen Bestellanteil von knapp 10 Prozent. Und das, was die Kunden im Vergleich zu den KGN sie offensichtlich in die Ausstattung. Immer wieder seien sie bei Skoda überrascht vom hohen Bestelleingang für Extras, berichtet Rieck und nennt als Beispiel den halbautomatischen Parkassistenten im Südberb. Obwohl die Lenkhilfe, die das Auto von selbst in die Lücke rangiert, noch einmal 390 Euro kostet, kommt sie auf eine Ausstattungsquote von 70 Prozent. Zwar geht auch das raue Klima am Automarkt an Skoda nicht spurlos vorbei. Die Zulassungen im November sind gegen Über dem Vergleichsmonat des vergangenen Jahres um fast 25 Prozent auf rund 8000 Verkäufe gesunken. Aber im Jahresschnitt liege Skoda auf dem Kurs von 2007, sagt Rieck, der bis zum 31. Dezember sogar noch ein wenig zulegen will, um die 120-Uhr-Marke zu erreichen. Dann wäre Skoders Marktanteil in E-Deutschland um ein weiteres Zehntel auf 3,8 Prozent gestiegen. F. Über den ersten Platz in der Importeurswertung reicht das noch L nicht, Renault liegt bei 4,8 Prozent. Doch Rieck sagt, ihm sei, ein gesunder zweiter Platz lieber als eine E-Spitzenposition mit Kopfschmerzen durch Tageszulassungen und Rabatt-Schlachten. Spätestens Mithilfe des neuen kleinen Geländewagens Yeti im nächsten Jahr will Skoda in Deutschland aber die 4-Prozent-Hürde nehmen. Ein realistisches Ziel, findet Aote-Experte Ferdinand Dudenhafer. Während er für VW einen Rückgang von 6 Prozent erwartet und die spanische Konzerntochter 2009 gar mit 10 Prozent im Minus sieht, sagt der Automobilwirtschaftler der Universität Duisburg-Essens-Goda 2009 ein Wachstum von gut einem Prozent voraus. Daran wird auch der S. Üperb seinen Anteil haben. Haben wir vom ersten Süperb im vergangenen Jahr insgesamt 3.400 Exemplare verkauft, sind für das neue Modell seit seiner Einführung in nur fünf Monaten bereits mehr als 4.000 Bestellungen aufgelaufen, sagt Alfred Rieck. Und während die Konkurrenz über volle Lager klagt, haben die Tschechen ganz andere Probleme, sie kommen beim Süperb kaum mit der Produktion nach und kämpfen in Mitlieferfristen. Und während die Konkurrenz über 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 die Konkur